Herr Professor Wülfing, was kann Robotik heute schon in der Urologie? Die Robotik ist in der Urologie angekommen. Wir haben tatsächlich insbesondere bei Tumorerkrankungen den Da Vinci Roboter in sehr vielen Operationen schon etabliert. Das betrifft vor allen Dingen die radikale Prostatektomie, die ja bekanntlicherweise in den USA schon zu 95 Prozent mit dem Da Vinci System gemacht wird. Wir sind in Deutschland auf dem Weg, diesen Trend nachzubilden. Aber auch andere Tumoroperationen, gerade nierenerhaltende Tumoroperationen an den Nieren, also die Nierentumorenukleationen, die nierenerhaltenden Tumoroperationen sind sicherlich auf dem Vormarsch durch die Technik mit der Robotik. Wenn man von Tumorerkrankungen absieht, kann man den Da Vinci Roboter in der Urologie allerdings auch sehr gut für rekonstruktive Eingriffe einsetzen. Rekonstruktiv bedeutet, man ersetzt gewissermaßen Segmente des Harntraktes, ob das Harnleiter-Neueinpflanzungen sind, ob es Nierenbeckenplastiken sind, ob es Harnleiter-Rekonstruktionen sind, bis hin auch zu Beckenboden-Rekonstruktionen, also Sacropexien, all diesen Dingen. Insofern ist der Roboter eigentlich sehr vielfältig in der Urologie einsetzbar. Wie werden solche therapeutischen Entscheidungen getroffen, wann der Roboter eingesetzt wird und wann nicht? Ich denke, zunächst mal ist natürlich die Frage, ist ein robotisches System vorhanden? Man muss fairerweise sagen, die Robotik ist eine Ergänzung. Es darf, glaube ich, nicht so verstanden werden, dass, wenn man keine Robotik macht, man ein schlechter Operateur ist. Ich denke, es gibt nach wie vor gute minimalinvasive Techniken, die nicht mit dem Roboter gemacht werden, oder auch offene Operationstechniken genauso gut sind. Aber man muss sagen, die Indikationen werden natürlich gerade auch getrieben durch die Roboterchirurgen, die von der Technologie überzeugt sind und einfach für die Patienten gute Ergebnisse liefern. Und ich glaube, das ist der ganz entscheidende Punkt. Und in Eingriffen, wo man eine gute Präzision braucht, wo man eine gute Sicht braucht, und das ist tatsächlich ja doch in sehr, sehr vielen Operationen, die ich eben aufgezählt hatte, ist der Roboter in vielen Fällen doch nach und nach, so zeigt sich auch auf diesem Kongress, die bessere Wahl. Welche Vorzüge sehen Sie für Patient und Arzt im Einsatz der Robotik? Zunächst einmal muss man sagen, die Da Vinci-Technologie ist ja nicht selbstständig arbeitend. Das ist eine Roboter-Technologie. Der Roboter operiert nicht den Patienten, sondern der Arzt operiert den Patienten. Der Roboter assistiert. Deswegen auch Roboter-assistiertes Verfahren. Natürlich ist das Allerwichtigste und der allergrößte Grund schafft schon mal die 3D-Technik. Wir sehen also ein stark vergrößertes Bild in 3D, haben also ein viel besseres räumliches Vorstellungsvermögen als bei der konventionellen Laparoskopie, wo man ja in 2D arbeitet. Das nächste ist, und das ist ganz erstaunlich, und jeder, der mal auch zur Probe an so einer Konsole gesessen hat, die Übertragung der Joysticks auf die Instrumente, also die Finger und Hände des Operateurs, die Übertragung 1 zu 1 auf die Instrumente, erzeugt eine wahnsinnig hohe Präzision, die eben für Eingriffe, wo es darum geht, Organe oder Strukturen zu erhalten, sich besonders positiv bemerkbar machte. Die Urologie war ja schon lange ein Trendsetter in der Medizin. Deswegen an Sie die Frage, wo geht die Reise jetzt hin? Sie haben vollkommen recht. Die Urologie ist ein, viele wissen das ja nicht, aber ein Fach, wo wirklich traditionell Innovationen gemacht wurden. Wenn man an das erste Zystoskop und letztendlich die Erfindung der Endoskopie denkt, die aus der Urologie kommt, aber auch Dinge wie minimalinvasives Operieren und jetzt, die Robotics sind, glaube ich, alles Felder, die wir in der Urologie vorantreiben. Wir beschäftigen uns sehr, auch auf diesem Kongress, mit der Zukunft, mit so Schlagwörtern wie künstliche Intelligenz, Big Data. Ich denke, dass wir alle miteinander sehr viel die Digitalisierung gerade erleben, selber noch nicht genau wissen, wie sie sich bemerkbar machen wird, aber ich glaube, wir setzen uns auch sehr stark damit auseinander, wie man eben diese Trends in der Urologie zum Nutzen der Patienten einsetzen kann. Da ist schon einiges auf dem Weg, anderes muss ich noch zeigen und beweisen, aber ich denke, wir sind als Fachgesellschaft hier gut aufgestellt und gut auf dem Weg für die Patienten. Vielen Dank.